Ohne Ostern ist alles nichts. So sagen es zumindest Matthias und auch Paulus. Wie wir als Erwachsene Ostern feiern können und was Kindertische damit zu tun haben, das erfahren wir heute im Wohnzimmergottesdienst. Hallo und herzlich willkommen zum Ostergottesdienst im Wohnzimmer der kreativen Kirche. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich sehr, dass wir heute musikalisch noch besonders verstärkt wurden. Wolf Kodera ist mit dabei mit seiner Klarinette und Max Klass ist dabei an den Percussion. Andreas Reckenwald am Piano und Miriam Schäfer am Gesang. Auf jeden Fall. Das ist richtig schön. Wir feiern Ostern und zwar in kindlicher Freude, in kindlicher Freiheit, mit einem offenen Herzen. Ja, so soll es sein. Wir wollen uns das sagen lassen, was passiert ist. Fällt dir das leicht? Also Matthias hat dieses Thema aufgemacht, Ostern feiern wie ein Kind. Fällt dir das leicht zu sagen, hier kommt Julia, das Kind. Ja, und mein Herz ist auf und es geht hinein. Also hier kommt Julia, das Kind, das ist schon so ein bisschen mein Ding. Ja, klar. Das ist ja überhaupt, nein, das ist also, ja. Also ich glaube schon, dass ich mich für Sachen einfach begeistern kann. So für Feuerwehr oder sowas. Zum Beispiel. Du bist total naheliegend jetzt, ja? Ja, voll. Also ich finde es total gut, wenn ich so ein Feuerwehrwagen vorbeifährt oder so bin ich immer so, okay, was passiert und so. Voll. Bei meinem Sohn ist es auch so, kurz unter drei? Ja. War es bei dir auch schon, als du so klein warst? Nee, ich glaube, das ist letztens erst so ein bisschen eskaliert. Okay. Dann müsste ich euch mal zusammenbringen, ja? Dann könnt ihr das teilen, das ist schön. Wir wären ein gutes Team. Aber bei Ostern bin ich noch nicht da drauf gekommen. Nee, ich auch nicht. Aber ich glaube gerade für Ostern hätte es etwas ganz Tolles. Also ich wünsche uns das, ich wünsche dir das, dass wir Ostern genauso an uns heranlassen können, ja? Das ist die beste Botschaft der Welt und ich glaube, es ist gut, wenn sie uns erreicht, ja, wie eine wunderbare Nachricht ein Kind erreicht. Ja. Und es ist einfach Freude, es ist einfach wunderbar, es ist eine Veränderung für das Leben. Ja. Matze hat eine Predigt dazu mitgebracht, wie es uns leichter gelingt, Ostern und Auferstehung aus Kinderaugen zu sehen und dieses Fest dann auch so zu feiern. Da freuen wir uns drauf. Also lasst uns feiern wie die Kinder. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Alleluia. Alleluia. Jesus ist alive. Death has lost its victory and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive, He's alive He's the Alpha and Omega The first and last to see The curse of sin is broken And we have perfect liberty Jesus lives forever He's alive, He's alive Hallelujah, Jesus is alive Death has lost its victory And the grave has been denied Jesus lives forever He's alive, He's alive He's the Alpha and Omega The first and last to see The curse of sin is broken And we have perfect liberty Jesus lives forever He's alive, He's alive Yeah, 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 yeah He's alive, He's alive 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 Oh, hallelujah, Jesus is alive Death has lost its victory, and the grave has been denied And Jesus lives forever, He's alive, He's alive He's the Alpha and Omega, the first and last to see The curse of sin is broken, and we have perfect liberty Jesus lives forever, He's alive, He's alive Hallelujah, Jesus is alive He's alive again Jetzt an Ostern sieht man sie hier und da wieder, die Kindertische. Ich habe das als Kind total geliebt, da dran zu sitzen, hatte drei Gründe. Es gab Zucker ohne Ende, man konnte Unsinn reden in einer ohrenbetäubenden Lautstärke und man war außerhalb der Reichweite der Eltern. Und natürlich baue ich heute als Vater auch Kindertische auf und ich finde die ehrlich gesagt nicht so super gut, weil sie haben drei große Nachteile. Das eine ist, es gibt Zucker ohne Ende. Das zweite ist, man kann Unsinn reden in einer ohrenbetäubenden Lautstärke und das dritte, es ist außerhalb der Reichweite der Eltern. Die gleiche Sache, aber eben in der Perspektive der Eltern und in der Perspektive der Kinder total unterschiedlich. Und das geht uns ja mit vielen Dingen so, dass wir die gleichen Dinge als Kinder ganz anders gesehen haben, ganz anders wahrgenommen haben. Zum Beispiel die Zeit. Also heute gibt es die Uhr, damals hatten wir die Zeit und wir konnten ganz in dem Augenblick sein. Ein ganzer Nachmittag, was war das schon? Wir konnten stundenlang auf Löwenzahn gucken oder Tierknochen, die wir gefunden hatten oder irgendetwas, was uns halt ganz gefangen genommen hat für den Augenblick. Wir konnten den ganzen Nachmittag komplett verträumen. Kein Problem. Wer kann das heute noch? Wir konnten in den Dingen eine ganz andere Bedeutung entdecken als heute. Also heute sehen wir neben der Straße diese kleinen grauen Dinger, die wir Schotter nennen und wissen, okay, davon gibt es Millionen und Abermillionen Dinge. Damals konnte einer davon der schönste Stein sein, den wir je gesehen haben, den man unbedingt mitnehmen musste, auch wenn die scharfe Kante die Hose kaputt gemacht hat. Wir konnten in den tausend Stöcken, die am Waldrand lagen, den einen entdecken, der unbedingt mit musste und der auch nicht weggeworfen werden durfte. Der Stein, der der Ast, der der wichtigste Ast ever war. Und ein Glas Fanta konnte zum Ziel aller Sehnsüchte werden. Und es war jeden Kampf wert. Diese Welt der Kinder, die war auch überschaubar. Also meine Welt ging bis zum Stromkasten. Hinterm Stromkasten durfte ich nicht weiter. Die Kuhlen durften bis zur Kurve und die Superkuhlen durften bis zur großen Straße. Soweit bin ich aber damals nicht gekommen. Und auch das Personal war ja überschaubar. Also es gab die Eltern, es gab die Klassenkameraden, Geschwister. Es gab Oma, Opa und dann natürlich so ein paar prägende einzelne Lichtgestalten, an die man heute noch gerne denkt, weil sie uns besonders geholfen haben, weil sie uns einen Horizont gezeigt haben, eröffnet haben, weil sie unser Talent gesehen und gefördert haben, weil wir uns verstanden gefühlt haben. Zu dieser überschaubaren Welt hat auch gehört, dass wir wussten, wo wir Hilfe bekommen konnten. Also egal, ob man sich jetzt das Knie aufgeschlagen hatte oder gestritten hatte mit irgendwem, Mama war ja da und die hat gepustet und dann war es auch schon nicht mehr so schlimm. Man hat gefühlt ständig geweint, aber es ist ja schnell wieder vorbeigegangen. Alles halb so wild. Und vor allen Dingen konnten wir uns in der Welt unserer Kindheit frei fühlen. Denn wir waren ja nicht das, was wir waren, sondern das, was wir sein wollen. Also Klinsmann, He-Man, das war damals so eine Actionfigur, Cowboy und Indianer, das alles innerhalb von einer halben Stunde ohne uns umzuziehen. Weil wir eben diese Verantwortung noch nicht hatten. Weil wir nicht wussten, dass Erwachsene wach liegen und sich über so Dinge wie älter werden und alt sein und Geld und Beruf Sorgen machen und nachts wach liegen. Weil wir das alles noch gar nicht gespürt haben. Die wunderbare Welt der Kindheit. Es ist ja kein Wunder, dass wir ja als Erwachsene immer mal wieder Lust haben, dahin zurückzugehen. Ich kenne zumindest keinen, der das nicht irgendwann schon mal angedeutet hat. Dass man das gerne nochmal erleben würde. Diese besondere Freundschaft, die man da hatte. Oder den ganzen Sommer im Freibad zu verbringen. Vielleicht zurückzugehen, einfach um auch was gerade zu biegen. Also einen Satz zu sagen oder ein Wort zu sagen, das man damals vergessen hat zu sagen, nämlich Danke. Oder einen Satz zu hören, den man nicht gehört hat. Ich hab dich lieb. Es wäre ja auch wunderbar nochmal, die eigenen Geschwister in Jung zu entdecken und die eigenen Eltern in Jung zu sehen und vielleicht auch einfach mal sich selbst als Kind das ein oder andere zu sagen über die Zukunft. Aber machen wir uns nichts vor, der Weg in die Kindheit, der ist verbaut. Es geht nicht zurück. Da liegen zwei dicke Steine davor. Der eine trägt die Aufschrift Erfahrung. Der ist die Erfahrung von Angst, von Verlust, von Enttäuschung, von Verrat. Und der andere trägt die Aufschrift Verantwortung. Verantwortung für mein eigenes Leben, für das von den Menschen, die ich liebe. Warum sag ich das? Was hat das alles überhaupt mit Ostern zu tun? Es gibt diesen einen Satz, den Jesus sagt, der so viel über Ostern sagt, aber merkwürdigerweise nie mit Ostern in Verbindung gebracht wird. Weil die Geschichte erst auf den zweiten Blick davon handelt. Und der ist so wichtig, weil Ostern so wichtig ist. Ostern ist das wichtigste Fest im Jahr und es ist das schwierigste. Es ist das wichtigste, weil ohne Ostern alles nichts ist. Ganz einfach, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist er nur ein besonders cooler Typ gewesen, über den es besonders viele coole Geschichten gibt. Ist er auferstanden, dann ist er wirklich der Sohn Gottes. Dann können wir wirklich mit ihm reden. Dann können wir ihn wirklich erleben. Und dann haben wir eine wirkliche Hoffnung für unser eigenes Sterben und unseren eigenen Tod. Das ist den Christen immer klar gewesen. Deswegen hat Paulus schon ganz früh geschrieben, wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, dann hat unsere Verkündigung keinen Sinn. Dann ist auch euer Glaube sinnlos. Es ist das wichtigste Fest und es ist das schwierigste. Weil wir doch diese Erfahrung gesammelt haben, dass Menschen wirklich tot sind und wirklich weg sind und wirklich nicht wiederkommen. Jedes offene Grab, an dem wir stehen, ist der Beweis dafür, dass der eine nicht wiedergekommen sein kann. Es ist schwer zu glauben. Und dann sagt Jesus diesen einen Satz. Die Geschichte kennst du, aber die Pointe ist ein ganz bisschen verschoben. Also die Geschichte ist die, wo Jesus die Kinder gebracht werden. Da sind Menschen, die wollen ihre Kinder bringen, damit Jesus sie anrühre, heißt es. Und die Jünger wollen die wegschicken. Geh weg mit den Kindern hier, die sind laut, die stören. Und Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Wer sich das Reich Gottes nicht schenken lässt wie ein Kind, der wird nie hineinkommen. Wie soll das gehen, wie ein Kind sich etwas schenken zu lassen? Der Weg in die Kindheit ist doch verbaut, oder? Wir können ja nicht einfach so tun, als ob wir diese Erfahrung alle nicht hätten, diese Zweifel. Als ob wir diese Verantwortung nicht tragen würden und als ob die uns nicht runterziehen würde. Wie ein Kind, das ist der Schlüssel. Wir können nicht wieder Kinder werden, aber wir können denken, fühlen und erleben wie Kinder. Und wir können das üben. Es kann ja damit anfangen, dass wir lernen, ganz da zu sein. Ganz in dem Augenblick zu sein. Es muss ja nicht sein, bis es dunkel wird. Aber ganz in dem Augenblick zu sein. Und das heißt, ganz bei uns selbst zu sein, ganz bei den Menschen, mit denen wir reden, zu sein. Und ganz bei Gott zu sein. Und bei dem Gedanken, wie das wohl wäre, wenn es ihn wirklich gäbe. Wir können wieder versuchen, die wahre Bedeutung in den Dingen zu entdecken. Ob nicht doch Gott wirkt in dem, was wir an guten Dingen erleben. Wenn wir Menschen treffen, die uns lieben, wenn wir uns verstanden fühlen, wenn wir mit Dingen beschenkt werden, für die wir gar nichts können, wenn wir Talente haben. Vielleicht ist die wahre Bedeutung davon ja doch, dass Gott am Werk ist. Das könnte doch sein. Und vielleicht haben auch die Konflikte, die wir haben, eine ganz andere Bedeutung und eine ganz andere Ursache. Vielleicht liegt es nicht einfach nur an dem schlechten Charakter von dem Nachbarn, der mich total nervt. Sondern vielleicht sind wir in Wahrheit doch alle nur gleich begabt und gleich wundervoll geboren und mussten dann ganz andere Erfahrungen machen. Vielleicht ist die Welt dann überschaubarer, wenn wir darauf schauen wie ein Kind. Vielleicht hat sie wirklich einen Anfang, der von Gott kommt, und wirklich ein Ende, das von Gott kommt. Und dann ist die Zeit dazwischen viel überschaubarer und sie bekommt einen ganz anderen Sinn. Vielleicht schaffen wir es wieder wie ein Kind, Hilfe anzunehmen. Wo damals unsere kaputten Knie beflastert wurden und wo gepustet wurde, da gibt es heute das Vertrauen zu Gott und die echt tragfähige Hoffnung auf seine Hilfe. Und in all dem können wir erleben, dass wir wieder frei sind wie Kinder. Damit meine ich, wir können wieder alles werden. Nicht Klinsmann, nicht He-Man, das ist schon klar. Aber wir haben immer noch eine Zukunft. Und selbst der Tod ist keine Grenze, die ein Ende setzt. Freiheit heißt, wir können noch alles werden. Wenn man anfängt, so wie ein Kind auf Ostern zu gucken, dann ist es ein enorm wichtiges Fest, aber es ist nicht mehr so schwer. Sondern wir können wieder da drauf gucken und können erkennen, dass wir nicht nur einfach uns erinnern an das, was Jesus widerfahren ist, sondern dass wir in Wahrheit unsere eigene Zukunft sehen. Dass wir nicht nur an seine Auferstehung denken, sondern vor allen Dingen an unsere eigene. Und wir können das super gut aushalten, dass andere Menschen, die nicht an Gott glauben, das vielleicht naiv finden könnten. Naiv heißt ja kindlich. Und genau das ist der richtige Blick. Ohne zu wissen, sagen diese Menschen die Wahrheit. Das ist der richtige Blick auf Ostern. Denn wer sich das Reich Gottes schenken lässt wie ein Kind, der wird immer hineinkommen. So könnte man es positiv sagen. Zum Glück werden immer noch Kindertische aufgebaut und zum Glück sind sie immer noch nur wenige Schritte voller Vertrauen entfernt. Und wenn man diese Schritte geht und da Platz nimmt, dann kann man Ostern feiern wie ein Kind. Was heißt das? Das heißt Ostern feiern wie ein Mensch, der immer noch eine offene Zukunft hat und der den Tod nicht kennt. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Musik